Ich bin ein Job zu übernehmen, ein Hobby-Weekend, der auf jeden Tag mit mir arbeite, mein ganzes Tag. Also ich traue, was diese Leute verdient haben. Und ich glaube, es muss auch an den Titeln teilen, wie mein Vorgehener, die einen super Job gemacht hat, diese Mannschaft, die es da am Final gebracht hat. Und in solchen Momenten muss man den Winfurt auch nicht vergessen. Ich wünsche mir noch ein bisschen, 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 ein bisschen. Oh, das ist ein Moment. Oh, das ist ein Moment.